Overwatch mit Sascha. Spielt Sascha gerade Overwatch? Ihr größter Feind, das ist Spendi. Spendi ist so ein kranker Kopfmensch. Er kauft sich nur In-Game-Skins. Hi Sascha, großer Fan hier. Hast du Lust auf eine Runde Overwatch 2? Okay, Pause-Champ, Pause-Champ. Ich weiß, Sascha ist ein großer Fan hier. Hast du Lust auf eine... Kevin, das ist deine erste Nachricht in meinem Chat. Und du hast niemals mehr als 10 Nachrichten in diesem Stream hier. Ist es nicht, what the fuck? Mit 26 Nachrichten. Ja, so. Ist der dumm. Aber ich habe Abo. Ich habe Abo seit... Ich habe Lust auf Overwatch, extrem Lust sogar. Ah, nee, ich habe kein Abo. Welchen Rank hast du denn, Kevin? Und hast du Overwatch 1 gespielt? Guck mal, ich bin Sub sogar. Ich kann erst so um 0 Uhr... Guck mal, ich habe Sub. ...der Schuh drückt. Wallahi, ich bin Sub. Und jetzt haut er hier den Prime rein. Ja, hä? Mach mal was für dein Geld. Zock mal mit deinen Subs. Kevin, hör zu. Du hast hier von allen Tagen, an denen ich Overwatch gesuchtet habe, zock mal mit deinen Subs. Das wäre cool. Ey, Junge. Der ist so dumm, Bro. Oh, da schreibt einer, Ome. Digga, dieses Emote habe ich nicht. Das ist das dünnste Emote. Ome ist so dumm. Was soll es sein? Schreien oder lachen? Ich check es bis heute nicht. Nee, ich kann... Von allen Tagen, an denen ich Overwatch gespielt habe, also jeder, kann es heute nicht, weil ich mich für Minecraft verabredet habe mal wieder. Oh, man. Okay, naja, schade. Ich bin enttäuscht. Digga, hat er gerade One Direction im Hintergrund gehört? Das ist mir jetzt erst aufgefallen.